Es gab nur noch ein Stiebel in der Kappsienivke. Es gab nur noch ein Stiebel in der anderen. Es gab nur noch ein Stiebel in der anderen Karte. Es gab nur noch eine Toilette. Es gab nur noch eine Toilette. Aber an dem Platz, wie wir sehen, es gab nur acht Semestes. Ein Stiebel in der anderen. Acht Semestes. Acht Stiebel in der anderen Karte. Ein Stiebel in der anderen Karte. Ein Stiebel in der anderen Karte. Ein Stiebel in der anderen Karte. Der Mann ist tot. Er hat nur einen Karte gerufen. Er hat einen Gläser. Sechs Mädels, zwei Jünger. Er hat alleine gegleist. Ein Fenster hat er gegleist. Aber warum ist das? Aber warum ist das? Und der Mutter hat gegessen da oben. Da oben. Ich bin noch hier. Der Mutter ist gestorben und hat immer gelost acht Kinder. Kleine, eine und andere. Die Mutter ist vielleicht schon allein kochen, der Futter. Vielleicht die Mutter erzählen. Und der Mutter ist sehr gewöhnt. Als er sie genommen hat, er ist auch gewöhnt. Es ist auch gewöhnt, als Abutke. Und wir kommen mit Adjim mit der Rift, mit Almas. Und wir schnappen die Gläser. Und die Mutter ist vielleicht gleich mit ihm. Wir schnappen die Tofflis. Mit uns im Essen. Wir müssen Fenster bringen, wir müssen in den Gläser. Es ist der Mutter, die Arbeit mit ihm.